Die Tradition der Kirmes im Bräuner bleibt bestehen, in diesem Sinne, Prost! Wir lieben Kirmes, weil es da auch heiß hergeht. Das Beste an der Kirmes im Bräuner ist, dass man Freunde und Bekannte aus aller Welt wieder trifft. Weil ihr so durstig seid, Prost! Weil ich meine Tacho da so richtig hochjubeln kann. Weil man auf Bad krank darf. Kirmes Bräuner ist einfach schön. Ist dann schon wieder Kirmes? Ja! 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 Ja!